Hier ist der österreichische Rundfunk mit seinem Fernsehprogramm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zwischen diesen beiden Persilpaketen liegen 50 Jahre. Dazwischen liegen aber auch viele Millionen Schilling, die wir in die Entwicklung und Verbesserung von Persil investiert haben. Nur so konnten wir ihnen immer die beste Persilqualität bieten. Diese Qualität ist die Grundlage dafür, dass wir heuer unser 50-jähriges Jubiläum feiern. Mit dem Persil-Jubiläumsangebot in dieser goldenen Trommel. Persil. Mehr können Sie für Ihre Wäsche nicht tun. Guten Abend. Nehmt den Husten nicht so schwer, jetzt kommt der Hustinettenbär. Mit Kräuter-Hustinettenbär. Mit Kräuter-Hustinettenbär. Nehmt den Husten nicht so schwer, jetzt kommt der Hustinettenbär. Mit Kräuter-Hustinettenbär. Jetzt werde ich doch nicht aufhören. Jetzt schon gar nicht. Ein anderer wird auch nicht aufhören. Damit, wenn ich nur aufhören möchte. Für Menschen mit starkem Willen. Holt euch die fröhlichen Blumen. Holt euch das fröhliche Pril. Holt euch die fröhlichen Blumen. Selbstklebeblumen von Pril. Auf jeder Flasche Pril und nur bei Pril gibt's die fröhlichen Blumen. Sie machen Kacheln fröhlicher, Tassen fröhlicher, Schränke fröhlicher. Tja, ganze Küchen fröhlicher. Und sogar Papi fröhlicher. Drum holt euch die fröhlichen Blumen. Holt euch das fröhliche Pril. Brei auf jeder Flasche. Eine gute Zukunft mit guten Zinsen. Die Bawak hilft dabei. Zum Beispiel mit dem Kapitalsparbuch. Mit Zinsengarantie. Jederzeit abhebbar und trotzdem gute Zinsen. Bawak. Ein hübsches Mädchen. Ein schönes, regelmäßiges Gesicht. Aber sie müsste den Haaransatz verdecken. Das Haar sieht übrigens strapaziert aus. Dem würde Gloria Alvitamin gut tun. Sie braucht einen kurzen Scheitel. Dann verdecken die Seitenpartien den Haaransatz. Eine Spange wirkt hier sehr hübsch. Das wäre die ideale Frisur für sie. Und damit das Haar weich und geschmeidig bleibt, sollte sie für die Haarwäsche Gloria Alvitamin Shampoo nehmen. Siehst du die Wolken? Sie ziehen und wandern. Lass deine Träume mit ihnen vergehen. Kümmere dich nicht um den Eintag der Anderen. Wir sind am Zug und ein jeder soll's sehen. Unser Geschmack ist Pepsin, Pepsin. Heute keine Milch? Was wird's denn heute Gutes? Das beste Kartoffelpüree, das ich je gemacht habe. Aber können Sie denn ohne Milch? Mit Fanny kann ich. Da ist nämlich die Milch schon drin. Fanny Kartoffelpüree mit Milch. Schmeckt's? Und wieder schmeckt. Flockenfertigpüree mit Milch. Neuerlich etwas Neues von Fanny. Wäsche zum reinkuscheln. Das machen die kleinen Faserschmeichler von Silan. Wollen Sie sie sehen? Wir sind die Faserschmeichler, die kleinen Faserstreichler. Wir streicheln und schmeicheln und schmiegen uns an. Und an der Wäsche spüren sie's dann. ITT präsentiert Heliochrom. Die Farbbildröhre mit Superleuchtkraft. 70% mehr Leuchtkraft jetzt bei ITT-Farbfernsehgeräten. Und wenn die Technik sich weiterentwickelt, brauchen Sie nicht Ihr Farbfernsehgerät auszutauschen, sondern nur eine ITT-Kassette für Nah- und Fernbedienung. Elektronische Fernsehspiele. Und sogar schon für die Bildschirmzeitung von morgen. Technik der Welt. ITT. Mit Bedacht wählen. Den schönsten finden. Ihn nach Hause tragen. Und mit dem Kauf zufrieden sein. Mit Liebe vorbereiten. Und dann? Der Augenblick, der aus einem Salat erst Ihren Salat macht. Bona. 100%iges Pflanzenöl. Öle gibt's viele. Aber nur eine Bona-Qualität. Ein Joka-Bett bekam der Max. Für nachts, doch auch für untertags. Der schöne Stoff, so fein genäht. Ja, das ist Joka-Qualität. Und erst der große Bettzeugraum. Auf, zu, auf, zu. Man spürt es kaum. Toll. Doch noch sensationeller. Der eingebaute Kopfhochsteller. Und jetzt hat er den Clou entdeckt. Hier ist ein Nachtkästchen versteckt. Max weiß. Eins ist im Leben wichtig. Joka. Und sie liegen richtig. Sieht weich aus. Mhm. Richtig kuschelweich. Kuschelweich? Ja. Kuschelweich durchs Hundlicht. Könnte es noch kuscheliger sein? Nichts macht Wäsche weicher als Sonnlicht. Sonnlicht kann ich immer vertrauen. Sonnlicht. Große Qualität. Kleiner Preis. Guten Abend, Dr. Tutschek. Ich bin viel auf Reisen. Da schaut meine Frau schon immer, dass ich Menta den C mitnehme. Jahrelang habe ich nicht gewusst, welche Zahncreme ich für mein empfindliches Zahnfleisch eigentlich brauche. Dann habe ich von einem wissenschaftlichen Test gehört. Und ehrlich, Menta den C hat meine Erwartungen sogar übertroffen. Menta den C mitnehme. Man mag man eben. Eins und eins. Die zwei von Römerwelle. Prickelnd auf der Zunge. Und wenn man will, auch still. Oder wenn man will, auch still. Römerquelle gibt's gleich zweimal. Denn viele wollen's prickelnd. Und manche mögen's still. Römerquelle belegt. Prickelnd auf der Zunge. Prickelnd auf der Zunge. Und wenn man will, auch still. Das größte Wäschestück der Welt. Ausgerollt auf einem Bauernhof. Sehen Sie selbst, was das für einen Schmutz gibt. Von weiß ist da bald nicht mehr viel zu sehen. Doch jetzt der weiße Riese mit seiner riesen Waschkraft und dem... Kalkstopper. Das ist die Riesentat. Kein Schmutz. Kein Grau. Nur riesenweiß. Schoko Eskimo. Kornetto. 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 Neu. Schoko Trauchenkornetto. In der knusprigen Waffe. Kornetto. 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 Achtung. Gleich kunert's. Aus der Garnierkuner. Nur ein paar Tupfen. Und sie verzaubern einfaches in Köstliches. Köstliches in Festliches. Kunern Sie Sterne. Streifen. Ringe. Da kann niemand widerstehen. Garnierkuner. So einfach wird's feiner. Guter Morgen. Naturfrische. Guter Morgen. Naturfrische. Guter Morgen. Nimm zwei. Von uns bekommen Sie Nimm zwei. Zehn lebensnotwendige Vitamine und Traubenzucker in fruchtige Bonbons verpackt. Gib dem Naschen einen Sinn. Nimm zwei. Weil es sich hier um ein außerordentlich wichtiges Produkt für die Eltern handelt, wiederholt Nimm zwei diese Werbeeinschaltung. Unsere Kinder. Von uns bekommen Sie Nimm zwei. Zehn lebensnotwendige Vitamine und Traubenzucker in fruchtige Bonbons verpackt. Gib dem Naschen einen Sinn. Nimm zwei. Schmutzige, vergraute Gardinen. Damit ist jetzt Schluss. Denn es gibt ja F4. Temperatur nicht über 40 Grad. F4 dazu, Gardinen locker einlegen. F4. Der weiße Faserspezialist wäscht ihre Gardinen wieder strahlend weiß. F4. In der Gardinenbox zum Sonderpreis. Wird feiner. Köstliches, köstlicher. Kuhner-Mayonnaise. Von Kuhner für Feinschmecker. Benstorp Dessertsauce. Schokoladig oder fruchtig. Veredeln. Verfeinern. Verzaubern. Benstorp Dessertsauce. Die beste Erfindung seit es Desserts gibt. Danni plus Sahne. Kaffee, Vanille und Schoko. Jederzeit Geschmacksvergnügen. Nicht wegbürsten, wegrollen. Mit dem Tixoroller. Zürich Kosmos macht's wieder gut. Schlemmen wie ein König. Mit den vier neuen Schlemmersuppen von Maggi. Und nachher? Mhhh. Und nachher? Und nachher? Ein Eisdessert von Eskimo. Das schmeckt der ganzen Familie. Wiener Schnitzel. Rindschnitzel. Mailänder Schnitzel. Schweinschnitzel. Pariser Schnitzel. Für diese Schnitzel gibt es Bratfein. Das geschmacksneutrale Pflanzenfett. Durch die hohe Erhitzbarkeit werden Schnitzel Bratfein knusprig. Und Bratfein saftig. Bratfein. Für alles was brutzelt. Neu von Arkade. Trumpet Dreams. Die 20 schönsten Melodien mit Nini Rosso. Holen Sie sich Trumpet Dreams und nur von Arkade. Diese Sendung widmete Ihnen Siemens TV Video. Nicht nur Braten und Kapaunen sind eine Lust für unseren Gaumen. Auch ein Fisch kann wahrhaft irdische Freuden bereiten. Dorsch von Iglo. Schulende gut. Alles gut. Eigenes Geld. Eigenes Konto bei der Sparkasse. Mit Baroscheck und Checkkarte. Immer eine Hasenlänge voraus. Sparkasse. Wir wissen, wie der Hase läuft. Kommen Sie, das ist das neueste Geheimnis meiner zarten Haut. Palmolive Hautcreme im neuen Dosierspender. Praktisch und sauber zu dosieren. Palmolive macht meine Haut so zart. Und lässt sie einfach frischer aussehen. Palmolive Hautcreme macht nackte Haut anziehend zart. Neu im Dosierspender. Zu den Stoßzeiten der Zeit, weil gewöhnliche WC-Spüleinhänger bald nicht mehr wirken. Die Lösung ist Glorix. Nur das neue Glorix garantiert Ihnen 700 Mal Frische für Ihr WC. Solang hält, solang wirkt nichts anderes. Glorix. Der Langzeit-Fresche-Block. Glorix. 700 Mal Frische. Festgewachsen bin ich an meiner Haut. Kummer nicht passt immer. Franz. Wenn Sie eine Katze haben, dann wissen Sie genau, was jetzt passiert. Sehen Sie? Das hören alle Katzen gerne. Knusprige Breckis. Mit Fleisch, mit Fisch oder mit Leber. Die echte Vollnahrung mit allem, was Katzen brauchen. Breckis. Da hört man schon, wie gut es der Katze schmeckt. Let's do it! Let's do it! Let's do it! Let's do it! Seiko Stahlgold. Seiko. Eines Tages werden alle Uhren so gebaut. Ihr wertvolles Holz ist in jedem Wetter ausgesetzt. Wien. Der schönste Langzeitschutz für Holz. Sardolin. Nicht umsonst Europas Holzveredelung Nummer eins. Zur Birkin Haarwäsche gibt's jetzt die neue Birkin Balsamspülung mit natürlichem Birkensack. Birkin Balsamspülung macht jedes Haar... Birkin Balsamspülung gehören zusammen. Birkin von Dr. Dralle. Vita tut viel für vernünftige Ernährung. Sonnenblumen lieben nicht nur die Sonne. Auch die richtige Menge Regen ist wichtig. Es gibt da eine interessante Kontrollziffer. Gemessene Niederschlagsmenge dividiert durch die mittlere Monatstemperatur in der Reifezeit. Diese Ziffer muss unter vier sein, damit die Ernte wirklich gut wird. Das Wertvollste aus Sonnenblumen. Vita. Sparen ist wichtig. Und goldrichtig. Und welche Sparform für Sie goldrichtig ist, das sagt man Ihnen gerne bei Ihrer Volksbank. Volksbank. Gut fürs Geld. Wissen Sie, warum ganze Bohnen beim Kaffee so wichtig sind? Weil ganze Bohnen der beste Aromaschutz sind. Und weil man bei ganzen Bohnen nie die Katze im Sack kauft. Ganze Bohnen, ganzes Aroma, ganzer Genuss und jeden Tag röstfrisch. Darum ist ja der Gala Tropicana von Eduscio Österreichs bester Kaffee. Ich sag's ja. Jetzt gibt's was absolut Neues. Silkiens, den selbstregulierenden Pflegebalsam. Silkiens wirkt gezielt dort, wo Ihr Haar Pflege braucht. Wie Silkiens wirkt, zeigt das Computerbild. Die hellen Stellen brauchen mehr Pflege als die dunklen. Das Haar von Christine ist strapaziert und braucht Silkiens überall. Yvonnes Haar braucht Silkiens nur in den Spitzen. Silkiens, jetzt neu. Silkiens, der neue selbstregulierende Pflegebalsam wirkt, wo Ihr Haar Pflege braucht. Im Marchfeld ist jetzt Erbsenernte. Von den Feldern ins Eskimo-Iglo-Werk ist es nur ein Katzensprung. Hier werden die taufrischen Erbsen in riesigen Trommeln sorgfältig gewaschen und sortiert, dann bei minus 40 Grad tiefgekühlt und sofort verpackt. So arbeiten wir bei Eskimo-Iglo. Die neue Salatkrönung von Knorr ist da. 3.40. Knorr Salatkrönung in vier Sorten. Probieren Sie's doch. Knorr Salatkrönung in vier Sorten. Knorr Salatkrönung in vier Sorten. Die Maroni sind ganz schön heiß. Gut, dass die schon geschäft sind. Was geschieht damit? Die Maroni geben wir ins Iglo-Rotkraut. Das ist was besonders Feines. Wenn mir alles so gut schmeckt, dann bin ich auch bald so groß und stark wie Sie. Sapalut. Wirklich was Feines, das Iglo-Rotkraut. Wir befinden uns im L'Oréal Teststudio Paris. Hier wurde Freestyle entwickelt. Der Formschaum für die Frisuren von heute. Mit Freestyle hält die Frisur in der Form, die Sie wählen. Freestyle gibt Halt und Formbarkeit. Halt und Fülle. Halt ohne zu verkleben. Freestyle von L'Oréal. Für Formbarkeit und natürlichen Halt. Ich habe andere ausprobiert. Bei Freestyle fühle ich wirklich den Unterschied. Ihr Geschmack ist dabei. Fruchtig von natürlich feiner Süße. Oder trocken von leichtem, elegantem Körper. Ihr Geschmack Martinis Pumatte Martini Brütt. Sekt von Martini. Wer auch als Sammler Erfolg hat, der hat. Wer einfach immer Stil hat. Wer will, der hat. Das Geld vom Bankomat. Alvorada hat keine Werbung notwendig, deshalb widmen wir Ihnen einen bunten Streifzug durch die Fernsehprogramme aus aller Welt. Alvorada, es ist sensationell. Rien, Cazone... Pardon. Ach, Alvorada, un profumo, et un aroma, squisito. Schon wieder. ...idly fascinated by the special flavor of Alvorada. Eigentlich wollten wir keine Werbung machen, aber Sie hören's ja. Die ganze Welt spricht von Alvorada. 27 Studenten in einem Käfer war einmal ein Rekord. Im VW Chattercat geht das bequemer. Und der Unterschied ist, es geht auch mit Gepäck. Ab 131.280 Schilling. Der Chattercat von Volkswagen. Wer auf Qualität fliegt, wenn's ums Haus geht, der landet sicher bei Novo Fern. Fenster, Türen, Tore, Zargen. Novo Fern. Bringt Sonnenschein in jedes Heim. Novo, Novo Fern. Novo Fern. Es ist schon ein herrliches Gefühl von Sicherheit, täglich frisch und gepflegt zu sein. Carefree-Sleep-Einlagen geben Ihnen dieses Gefühl auf einmalig komfortable Art. Sie sind weich, anschmiegsam und verrutschen nicht. Dieser einmalige Komfort sollte Ihnen Carefree wert sein. Carefree-Sleep-Einlagen. Mit und ohne Dio. Wunderbar weich und komfortabel. Abschminken ist Dimmi-Cup. Zart und weich, fest genug und vollkommen faserfrei. Dimmi-Cup, die schönste Art, sich abzuschminken. Dimmi-Cup. Um fit zu bleiben, mache ich keine halben Sachen. Deshalb Jazz-Gymnastik. Und bei meiner Wäsche mache ich auch keine halben Sachen. Diese halben Waschmittel, die waschen nur sauber. Die nehme ich nicht mehr. Ich verlange mehr. Und Dasch 3 kann mehr. Es wäscht nicht nur sauber, es wäscht auch weich und frisch. Denn in Dasch 3 ist der Weichspüler schon drin. Annes Badetuch, kuschelig weich. Meine Lieblingsbluse, duftig frisch. Peters Hemd, strahlend sauber. Ja, ich verlange mehr. Und Dasch 3 kann mehr. Zwischen Badestrand und Sonnenbrand. Zwischen Rasenmähen und Gießen gehen. Zwischen Diktat und Telefon. Die kleine, die feine. Mahlzeit? Quicklunch von Maggi. Super war's. Was? Mich wiederzusehen oder meine Spaghetti? Beides. Jetzt aber weg mit dem vielen Geschirr. Warte, ich helf dir. Bitte. Aber wenn schon, denn schon. Ui, mit dem bissl Priel, so viel Geschirr? Probier's doch. Der Beweis, links billiges Spülmittel. Rechts Priel konzentrierter. Spült mehr Geschirr, löst besser Fett. Priel konzentrierter. Löst besser Fett, spült mehr Geschirr. Jetzt mit neuem Plus. Priel mit Klappverschluss. Lieber Käpt'n, durch die Welle Segen wir das weite Meer Alle helfen gern zusammen Und die Arbeit fänd' ich schwer Glänzt das Schiff von Bug bis Heck Und ist die Mannschaft ganz korrekt Kommt sie mit in die Kombüse Wo man Köstliches entdeckt Iglo Fischstäbchen Außen knusprige Panier Und innen dieser saftige Seelachs Iglo Fischstäbchen Käpt'n Iglos großer Fang Doppelmint Doppelmint Garn, 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 Garn Tja ja, das war ich vor ein paar Jahren Für Eulof Olas Damals hab ich noch studiert Dann hab ich geheiratet Und ein Baby bekommen Aber wobei ich die ganze Zeit geblieben bin Das ist mein Eulof Olas Das zieht so schnell ein Und fettet nicht Und ich spüre richtig Es gibt meiner Haut was sie braucht Damit sie zart und frisch bleibt Und das ist mir schon wichtig Denn ich möchte schließlich So lang wie möglich jung aussehen Ihr Geheimnis jünger auszusehen Eulof Olas So, ich hab alles gleich mitgebracht Gehaltsbestätigung Staatsbürgerschaftsnachweis Geburtsurkunde Heiratsurkunde Lungenerränkten Drei Bürgen Und meine Frau Für den PSK Bankkredit Brauchen Sie das alles nicht Nicht? Die Gehaltsbestätigung Und Ihre Unterschrift genügen Unglaublich Und wann glauben Sie Kann ich wieder nachfragen kommen? Nachfragen? Wir überweisen das Geld Gleich auf Ihr Konto Mama den Kredithammer PSK Bank Für Ihre Wünsche immer offen Typisch Profis haben's schon Das Ajax Glas rein Das mit dem Fettkiller Wisch weg was sonst bleibt Aha Auch schon das Ajax Ja ist klar Kniffra Sind's vorsichtig Das macht Glas klar Wie unsichtbar Ja ja Kniffra Ajax Glas rein mit dem Fettkiller Vorsicht Macht Glas klar Wie unsichtbar Lieber Käpt'n Durch die Welle Sehen wir Das weite Meer Alle helfen gern zusammen Und die Arbeit fänd ich schwer Glänzt das Schiff Von Pupis Heck Und ist die Mannschaft Ganz korrekt Kommt sie mit In die Kombüse Wo man Köstliches entdeckt Iglufischstäbchen Außen knusprige Panier Und innen dieser saftige Seelachs Iglufischstäbchen Käpt'n Iglus großer Fang Heute sind wir zu Gast Bei Österreichs Ski Idol Annemarie Moser-Bröll Sie ist jetzt eine erfolgreiche Geschäftsfrau Ich habe eine Hausfrau Mutter Und was sagt die Hausfrau Annemarie zum neuen Dixan? Das ist noch besser als früher Schauen Sie Ich erzähl Ihnen was Neulich waren wir beim Picknick Alles haben wir mitgehabt Nur kein Stoppitziger Ich trug den Stoppel rein Da spritzt es und alles dem Herbert aufs Hint Ein riesen Fleck Also wenn da was hilft Dann nur Dixan Und heute hab ich's gewaschen Schauen Sie selber Da gibt's keinen Fleck mehr Ja Dixan und Dixan konzentriert Wäscht Fleck um Fleck Restlos weg Also Ich hab schon viel probiert Was Besseres kenn ich nicht Wenn Sie von Ihrem Videorekorder Höchstleistungen erwarten Geben Sie ihm die Kassette Die Farbe, Schärfe und Brillanz Auf dem Bildschirm bringt So oft Sie auch aufnehmen Und abspielen BASF Chromdioxid Super High Grade Brillanz forever Na das ist aber ein seltsames Rendezvous Er behält den Hut auf Und sie versteckt ihre Hände Logisch Die beiden brauchen Priorin Das Haarwuchsmittel das von innen heraus wirkt Und ihnen zu vollem schönen Haar Und festen elastischen Fingernägeln verhilft Auf biologische Art Priorin Logisch Biologisch Über mögliche unerwünschte Wirkungen Informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker Hm wirklich eine schöne Küche Und auch einfach zu reinigen Auch ohne Putzstreifen Ja Deshalb empfehlen wir von Poggenpol das neue Andi Wir haben Andi gegen andere Allzweckreiniger getestet Naja, nass sieht's immer sauber aus Aber warten Sie, gleich wird's trocken Links Putzstreifen wie so oft Bei Andi nicht die Spur von einem Streifen Jetzt neu Andi schafft streifenlose Sauberkeit Feiern Sie mit bei der Fiesta der Sauberkeit Mit Zoomlicht Andi und Ziff Neuen Ford Fiesta Bolero zu gewinnen Mitmachen mit Gewinnen mit Zoomlicht Andi und Ziff Jetzt neu bei Merkur Die Merkur Hausfrauenpension Die Merkur Hausfrauenpension Für ein Morgen ohne Sorgen Merkur Wir kümmern uns um den Menschen Das wird ein Abenteuer mit Benko ins Disneyland Und 500 Cowboy und Indianer Sets zu gewinnen Mit Spielen Tja, mit Benko schmeckt die Milch Und man wird stark und schlau Als Trainer muss ich nach wie vor Viel für meine Fitness tun Und das fängt schon am Morgen an mit Zahnfleischtraining Und dafür nehme ich eine Zahncreme Die mein Zahnfleisch fit hält Blendermed Denn ich meine, dass man für sein Zahnfleisch Nicht weniger tun sollte als für den Körper So wie mich Bewegung fit hält So ist dank Blendermed mein Zahnfleisch gesund und fit Blendermed hält das Zahnfleisch gesund und fit Damit auch Sie morgen noch kraftvoll zubeißen können Der neue Renault 21 Das Auto ohne Kompromisse Genießen Sie den Komfort Spüren Sie die Kraft Erleben Sie die Technik Fühlen Sie die Freiheit Freiheit, wie ich meine Der neue Renault 21 Das andere Familienauto Hier, wo die Luft rein und die Wiesen saftig frisch sind Gibt's die beste Alpenmilch Die unsere Milka so zart macht Milka hat die zarteste Versuchung Seit es Schokolade gibt Heizöl leicht schwächer 2000 Richtig bestellen Störungsfrei heizen Eins Zwei Kaiser Aus Freude auf den ersten Schluck Eins, zwei, Kaiser Ein Schluck für Schluck Am besten schmeckt Noch ein Kaiser Kaiser das unwiderstehliche Bier Nicht alles was gut schmeckt Nicht alles was gut schmeckt Ist auch gut für frischen Atem Deshalb Dabbelmint Mit natürlicher Minze Doppelt frisch Dabbelmint Dieser kühle frische Geschmack gibt natürlich frischen Atem Dabbelmint Für natürlich frischen Atem Leuchtendes Gelb Leuchtendes Gelb Keine Farbe hat Van Gogh mehr geliebt Sie steht im Mittelpunkt seines Schaffens Maler Beschreibt nicht nur wie Meisterwerke entstehen Sondern sagt auch was ihre Schöpfer bewegte Heft 1 berichtet über Van Goghs Leben und Zeit Er klärt seine Malweise Mit Abbildungen seiner berühmten Meisterwerke Aber auch weniger bekannten Bildern Jede wöchentliche Ausgabe stellt einen Meister vor So entsteht ein komplettes Nachschlagewerk der Malerei Entdecken Sie die faszinierende Welt der Malerei Maler Das weiche Cosi ist ein Star Inzwischen ist das jedem klar Bei Cosi braucht man nicht zu schauen Da kann man einem Tritt zertrauen Ich kann es blühen Wenn ich es greif Kein anderes ist so cosiweich So weich kann nur das Cosi sein So weich das man es blind erkennt Winnetou? Zähneputzen? Hab ich schon Der Färbetest von Antibelag wird es zeigen Oje Das Rote ist gefährlicher Zahnbelag Karies kann entstehen Blendax Antibelag entfernt Zahnbelag Und führt dem Zahn stärkendes Kalzium zu Merkt ihr es? Blendax Antibelag mit Kalzium Für gesunde Zähne ohne Karies Sunnlicht flüssig Ein Teelöffel voll genügt Schau, unsere Männer richten schon für die Jause her Bis die fertig sind, sind wir es leicht Gibt's jetzt ein neues Sunnlicht? Ja, in der neuen grünen Flasche Und ein Teelöffel voll genügt? Ja, für das gesamte Geschirr da Weil Sunnlicht extra ausgiebig ist Dann ist Sunnlicht aber wirklich preiswert Na, ging das nicht geschwind? Was hab ich gesagt? Wir sind schneller Also toll, dein Sunnlicht Sunnlicht mit mehr Fettlösekraft durch echten Zitronensaft Ein Teelöffel voll genügt Sind sie bereit? Gleich erfahren sie, wer heute Millionen gewinnt Bei der österreichischen Klassenrotterie Freunde, regelmäßig putzen Ohne blöde Ausrede Echtes Leder braucht echte Lederpflege Echtes Leder braucht Erdal Tubencreme Denn Erdal Tubencreme nährt, schützt und hält das Leder atmungsaktiv Tubencreme von Erdal In vielen schönen Farben Echte Lederpflege Ja, das ist Erdal Je mehr wir vom Leben verlangen Umso mehr verlangt das Leben von uns Aus diesem Grund haben wir das neue Osolio Reform entwickelt Das Speiseöl mit mehr als 70 Prozent Wertvollen, ungesättigten Fettsäuren Meine Damen und Herren, der nächste Musikantenstadl kommt am 10. November live aus der Sporthalle in Steyr Übrigens, unser Lotto-Studio beginnt in etwa fünf Minuten nach der Werbung Werbung heute mit Villa Aktionspreise Graue Haare haben vielleicht einen gewissen Charme Aber ich, ich kann darauf verzichten Endlich habe ich etwas gefunden, das meine grauen Haare wirklich schonend abdeckt Dedica von L'Oreal Ganz neu, ganz einfach anzuwenden Schauen Sie meine Haarfarbe Natürlich und schön Und Dedica wäscht sich wieder aus Nach etwa sechs Haarwäschen Warten Sie auf jemand, Mademoiselle Auf dich? Das pflegende Dedica Nur von L'Oreal Dedica Tönungscreme Billa Aktionspreis nur 52,90 Night and Day Du bist mein Geschmack Night and Day Du bist wie für mich gemacht Ich kann dich genießen bei Tag und bei Nacht Night and Day, Night and Day Du bist mein Kaffee Mind and Day von Jakobs Mit klarem Wasser von Koffein befreit Jakobs Night and Day Billa Aktionspreis nur 59,90 Trash이 개EP Trashy 개ξ이 von Napoli 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 Met dunkle Chocolade Mit haare Chocolade Doge anyone Conch조 Napoli Ohne Gleichen, die zarte Schokowaffel mit dem Nougat-Herz von Balsen. Du verwöhnst mich ohne Gleichen. Nur feinste Paradeiser und Senfkörner sind für Patzfratzen gut genug. Damit wird jedes Essen zum kleinen Fest. Für Prima Ballerina, Pippi Langstrumpf und für den stärksten Supermann. Patzfratz-Kindersenf und Kinder-Ketchup – eine Liebeserklärung an kleine Gourmets. Patzfratz von Lautner Markhoff – Erfahrung zählt. Glanz, Polykur, Geschmeidigkeit, Polykur. Glanz und Geschmeidigkeit Tag für Tag. Polykur – Schampon und Balsam – Glanz und Geschmeidigkeit für Ihr Haar. Der neue Geschmack. Zwiebeln und Senf auf faschiertem Schweinefleisch. In einer knusprigen Semmel. Brandneu und heiß. MacCountry bei McDonalds. Schön bei Aral gewesen zu sein. Überall Aral. Ah… Stefanelle, l'amore addosso. Die Revolution im Frisurenstyling, das neue Freestyle mit dem einzigartigen Mikroschaumverteiler gibt festeren Schaum, gibt feineren Schaum. Freestyle für langen Halt, mehr Fülle, ohne zu verkleben. Neu Freestyle mit Mikroschaumverteiler von L'Oreal. Liebe Zuseher, nun ist es wieder, wenn auch etwas verspätet, an der Zeit, Sie ans Lottospiel zu erinnern. Zu Gast bei uns und Herrn Straub heute, Heinz Petters. Die Revolution im Frisurenstyling. Schönen guten Abend und grüß Gott. Fortunas Füllhorn ist heute die Zahnpasta-Tube und unsere Telefonnummer ist 062 480 und nach der ersten Werbung beginnt das große Spiel bei uns. Neu von Axe. Axe Shaving Foam. Axe, der Shaving Foam mit drei aufregend, starken Parfums. Axe Shaving Foam. Lassen Sie den Charme spielen. Gewinnen Sie jetzt mit Axe das sündhaft schöne BMW Cabrio. Teilnahmescheine dort, wo es Axe gibt. Wie ich nur ein flotter Bursch war, habe ich immer alles gleich haben müssen. Diese Ungeduld habe ich viel Geld gekostet. Heute als Raiffeisenbausparer lasse ich mir Zeit und ich gewinne noch dabei. Sie wissen eh, Geld macht glücklich, wenn man rechtzeitig drauf schaut, dass man es hat, wann man es braucht. Raiffeisenbausparen mit Superprämie. Er ist sanft, sehr anspruchsvoll, nur von der besten Sorte und er ist von Eduscio. Gala reizarm, Kaffeegenuss in Galaqualität, magensanft veredelt, aber mit vollem Koffeingehalt. Gala reizarm, ein echter Eduscio Röstfrisch. Felix, leichte Küche. Viel zu gut, um sie erst daheim zu essen. Schönen guten Abend. Ingrid in St. Johann in Salzburg. Ingrid, hallo. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Wir spielen heute das Zahnpasta-Spiel. Sie sehen schon die Zahnpasta-Menge auf der Bürste. Und wir drücken aus der Tube die Zahnpasta und Sie stoppen, wenn Sie glauben, genauso viel Zahnpasta ist jetzt aus der Tube wie auf der Bürste drauf. Je näher Sie an diese Menge herankommen, desto größer Ihr Gewinn. Aber, Achtung, so wollen Sie die Spielregeln, wenn mehr heraus ist, haben Sie alles wieder verloren. Alles klar für Sie? Alles klar, ja. Gut, also eiserne Nerven haben. Ich drücke jetzt mal auf den Computer und Sie stoppen. Halt? Ja, mal sehen. Schaut ganz gut aus. 93 Prozent. Super! 650 Schilling. Ich freue mich für Sie. Ja, ich freue mich auch. Das höre ich. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Und wenn Sie anrufen wollen, 062 480 ist unsere Telefonnummer. Weiter geht's nach der Werbung. Tiefe Bräune, pflegende Feuchtigkeit, noch mehr Schutz. Das neue Ombre Solaire. Ombre Solaire. Neu von Garnier Paris. Puma Quarz. Puma Quarz. Puma Quarz am Sprung auf Ihr Handgelenk. Nord, aus Süd, aus Übersee. All das bringt uns der LKW. Österreichs Güterbeförderungsgewerbe. Für Sie unterwegs. Die Kälte. Eiszapfen von Engelhofer. Je Engelhofer, je lieber. Das neue Esso. Helfen Sie Ihrem Motor auf die Sprünge. Das neue Esso weckt die Kraft. Viele Motoren leiden unter kraftloser Verbrennung. Das neue Esso sorgt für eine kraftvolle. Das neue Esso weckt die Kraft, die Ihr Motor steckt. Der Michael aus Salzburg-Land will es jetzt der Ingrid nachmachen. Zunächst einmal schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Michael, Sie kennen die Spielregeln? Ja, ist alles klar. Gut, alles klar. Wir drücken wieder und Sie versuchen Ihr Glück. Stopp. Ja, mal schauen. Was 70 Prozent sind 3.000 Zornfutter Chili. Gut, danke schön. Freuen Sie sich darüber. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Bei uns geht es weiter mit Werbung. Voll in Aktion. Brauchst du einen kühlen Kopf und einen guten Körper. Action. Das neue Männer-Shampoo für Haar und Haut. Action. Denn Männer haben ihren eigenen Kopf. Warum nimmst du die Kosmea? Weil es der natürliche Monatsschutz ist. Ja, ich fühle mich mit der dünnen Kosmea auch viel freier. Die neue Kosmea ist der natürliche Monatsschutz, den sich Ihr Körper wünscht. Es ist nicht zu packen, was sich die Österreicher alles wünschen. Einen Urlaub auf Schwanensee. Ein Traumschiff. Nix die Ordess. Auf großem Fuß leben. Einen Rahmen für mein Lächeln. Ein Sprunginko. Ihre Wünsche gewinnen jetzt Preise von über einer Million. Wunschzettel hat Ihr Berater von der Ich-Tu-Er-Sie-Ess-Bausparkasse. Mit Sparkasse 1. und Z. Prima-Cremeseife. Noch nie war Händewaschen so bequem. Prima-Cremeseife. Von Johnson. Das Benzin mit mehr Elan. Elan. Am Sonntag kommen wir wieder. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen guten Abend. Auf Wiederschauen. Ich hoffe, dass Sie sich gut unterhalten haben. Jetzt haben wir noch einen Hinweis für Sie. Österreich-Ausscheidung für den Grand Prix der Volksmusik wird am 18. Mai live aus der Sporthalle Holloperum übertragen. Ja und 15 österreichische Gruppen werden dabei antreten. Fünf davon kommen dann zum Grand Prix der Volksmusik am 1. Juli in Linz in Oberösterreich. Ja und falls Sie es vorhin nicht gehört haben, wenn Sie sich noch aufschreiben wollen, der nächste Musikantenstadl wird am 8. Juni aus der Dachstein-Tauernhalle in Schladming kommen. Es ist doch nicht Ihre Art, Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Ich will es meiner Braut einfach ersparen, dass ich schon vor der Hochzeitsschwierigkeit lande mit meinen Töchtern und deren Männern. Aber dass ihr euch entlobt und der Rüttel ist klar. Nein, 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 bitte. Bitte, ich habe mich entlobt, ja. Ich bin doch nicht mehr der Jüngste, die Riese ist viel jünger als ich. Vielleicht bin ich wirklich zu alt für Sie. Hallo. Hallo, Hotel Sacha, Portier in 10 Minuten, FS1. Zu alt? Momentan habe ich das Gefühl, du bist zu jung. Zwar nicht in 10 Minuten, dafür aber am 6. Mai findet der Song Contest statt in Lausanne diesmal. Vielleicht haben Sie noch keine Gelegenheit gehabt, den österreichischen Beitrag zu sehen und zu hören. Wir liefern Ihnen jetzt die Gelegenheit dazu. Das ist Thomas Forstner mit nur ein Lied. Werbung heute mit Billa Aktionspreise. Eine Mutter will nur das Beste für ihr Kind und seine Zukunft. Bona hilft dabei und unterstützt wieder die Aufforstung eines Schutzwaldes in Österreich. Bona Baumhilfe. Eine Mutter weiß warum. Bonaöl. Billa Aktionspreis nur 44,90. Trasche Keksi von Napoli. Mit dunklen Schokolade. Mit heller Schokolade. Trasche Keksi von Napoli. Wenn ich nur aufhören könnte. Napoli Trasche Keksi. Billa Aktionspreis nur 14,90. Hochhaus mit Restaurant. Mittag mit Erfrischung. Abfahrt mit Drive. Prost ohne Promille. Schlossgold das Hopfenhelle ohne Alkohol. Mit Vergnügen. Schlossgold. Schlossgold. Billa Aktionspreis nur 7,90. Wer Schuppen hat, kann jetzt jeden Tag etwas dagegen tun. Speziell dafür haben wir im Crisan-Forschungslabor zur bewährten Crisan-Kompaktkur das neue Crisan-Mild gegen Schuppen entwickelt. Es wirkt so mild und schonend gegen Schuppen, dass Sie Ihr Haar Tag für Tag damit waschen können. Crisan ist sau teuer, aber es wirkt. Crisan-Shampoo plus 50ml gratis. Billa Aktionspreis nur 29,90. Wenn Sie alle Teilimpfungen der Zeckenschutz-Grundimpfung erhalten haben, so müssen Sie nach drei Jahren zur ersten Auffrischungsimpfung, sonst sind Sie nicht mehr geschützt. Drei Jahre danach folgt wieder eine Auffrischungsimpfung und so weiter. Also, nach drei Jahren eine Auffrischungsimpfung. Fragen Sie Ihren Arzt. Fragen Sie Ihren Apotheker. Jetzt. Wenn ein älterer Herr heiratet, ist die Verwandtschaft meist nicht gerade begeistert. Gustav Knuth ist der heiratswillige Senior, der seine Familie so in Aufruhr bringt. Fritz Eckert dann der Unterstützer in der Not. Und Sie wissen jetzt schon, was folgt, und zwar die Videothek mit einer weiteren Folge aus der Serie Hallo, Hotel Sacha Portier. Liebesgeschichten und Heiratssachen. Ich wünsche Ihnen dazu gute Unterhaltung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die erste Verführung der Menschheitsgeschichte erfolgte durch einen Apfel, wie man weiß. Eva reichte in Adam und damit war das biblische Paradies zu Ende. Aber das kulinarische Paradies wird bestehen bleiben, solange wir noch Äpfel und Birnen ernten. Die Birne wird übrigens sogar schon in der Odyssee von Homer erwähnt. Durch immer neue Kreuzungen gibt es heute die verschiedensten Apfelsorten. Die süßen, dazu gehören zum Beispiel Golden und Roter Delicious, Cox Orange und Kronprinz, eignen sich für Fruchtsalate und für Speisen, die mit Zucker nicht mehr aufgebessert werden müssen. Saure Sorten, etwa McIntosh, Gloster, Ida Red und Boscoop, nimmt man in erster Linie für Speisen, wie Strudel, gebackene Apfelspalten oder warme Desserts. Einfach köstlich gelingt ihr Birnenkompott folgendermaßen. Die Früchte werden zunächst geschält und halbiert. Dann legt man sie in eine Mischung aus Wasser, Zucker und Weißwein und lässt sie darin weich kochen. Dann nimmt man die Birnen heraus, lässt die Flüssigkeit weiter einkochen, legt die Birnen dann nochmals hinein und lässt ganz zum Schluss noch einmal aufkochen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, besagt ein altes Sprichwort. Und es stimmt, denn Billa kauft nur die erntefrischesten, saftigen Äpfel, um sie ihnen zu paradiesisch kleinen Preisen anbieten zu können. Eben günstig, wie alles bei Billa. Bresson wird mit feinen Kräutern der Provence gewürzt. Franzosen halten ihn für unnachahmlich. C'est magnifique. Knoblauch, Roquefort und grüner Pfeffer. Die drei Neuen von Bresson. Bresson, würzig und cremig zugleich. Bresson Kräuterfrischkäse. Billa Aktionspreis nur 19,90. Siehst du? Oje, ja. Psst, psst, psst. Nee, der Apparat hat bei einem Schokoladens geschluckt. Der Apparat? Ja. Die beste Auswert von einem Schwarzfahrer, die je gekehrt hat. Fahrscheinkontrolle. Äh, ja, bestens. Das Beste ist für mich ganz normal. Balsen. Balsen Schoko Leibniz. Billa Aktionspreis nur 16,90. Benko und seine Freunde sehen sich plötzlich einem anstürmenden Nashorn gegenüber. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Schnell ein Glas Benko, dann kurz überlegt und schon weiß Benko einen Weg. Wie ein Torero stellt sich Benko auf einen Baumstrunk und blind rammt sich das Ungeheuer daran fest. Alle sind gerettet. Tja, mit Benko schmeckt die Milch und höhren stark und schlau. Benko. Billa Aktionspreis nur 29,90. Der Fähäferl in der Hand, Lockenwickler drinnen, die waren so schnöckig, ne? Und da bin ich schon froh, dass es so was gibt. Ja, weil es so streichfähig ist. Und sie schmeckt auch gut. Und Rama kannst du am Eiskasten gleich direkt auf den Tisch geben und aufstreichen und so. Rama. Der gute Geschmack aufs tägliche Brot. Rama. 250 Gramm, Billa Aktionspreis nur 6,90. Einfach und köstlich sind Desserts aus Äpfeln und Birnen. Für Apfelstreusel Äpfel schälen, Gehäuse entfernen und achteln. In Zitronenwasser einlegen, damit sie nicht braun werden. Die Äpfel mit etwas von dem Zitronenwasser, Zucker, Nelken, Zimt und Weißwein aufkochen. Mit Zitronensaft abschmecken und nicht zu weich kochen. Butter zerlassen, Zucker und Mehl einrühren. Wobei sich die Streusel von selbst bilden. In einer flachen Gratinform die gekochten Äpfel mit in Rum eingelegten Rosinen und dem Streusel bestreuen. Und im Rohr circa 30 Minuten überbacken. Mit gut gekühlter Creme fraiche servieren. Für Karamellbirnen, Birnen waschen und von oben nach unten in Scheiben schneiden. Dann das Kerngehäuse mit einem Löffel herausstechen. Die Birnen mit dem Zitronensaft gründlich beträufeln und 20 Minuten ziehen lassen. Anschließend die Birnenscheiben mit dem Zucker und der Butter in eine Pfanne legen. Bei mittlerer Hitze circa 5 Minuten köcheln lassen. Wenn das Karamell seeflüssig wird, mit dem Himbeergeist ablöschen. Die Scheiben auf Tellern anrichten und mit dem Karamell übergießen. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage beantworten, wie man verhindern kann, dass der Apfelcreme braun wird. Das geht mit einem ganz einfachen Trick. Den Apfel schälen und sofort mit Zitrone einreiben. Anschließend schaben und nochmals mit Zitrone beträufeln. In ein flaches Gefäß geben und einmal ganz kurz aufkochen. Vielleicht haben auch Sie Fragen an uns oder ganz spezielle Tipps. Dann schreiben Sie bitte an den ORF, Kennwort einfachköstlich, 1136 Wien. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und guten Appetit. Das ist der neue Head TR6. Der Testsieger. 50% weniger flattern und dadurch 50% bessere Skiführung. Mit dem revolutionären Dämpfungssystem Traction. Head TR6 bei Ihrem Fachhändler. Maggi Neue Küche ist meine Alternative. Und jetzt neu, Hirse Gemüseschnitzel. Die wertvolle Abwechslung, die so gut schmeckt. Mein Maggi. Heute zeigen wir, wie der Österreicher beim Vorsorgen vorankommt. Oh. Oh. Aber Sie wissen, wie Sie beim Vorsorgen flotter vorankommen. Vorsorge in Österreich. Wir wissen, wie der Hase läuft. Wir. Das sind die Sparkassen Österreichs und ihre Kunden. Gemüse Gämmen. Mit diesem Duft kann dir alles passieren. Gemüse Gämmen ist Ode Toilette und Aftershave in einem. Gemüse Gämmen. In drei exklusiven Duftnoten. Gemüse Gämmen. Und da kommt er wieder. In eises Kälte von ganz weit her. Er nimmt jeden Umweg in Kauf und hat nur ein Ziel. Den neuen McBacon von McDonalds. Ein saftiger Doppel-Cheese-Burger mit viel knusprigem Speck. McBacon, ganz heiß. Aber nur für kurze Zeit. Bei McDonalds. Die Videokassetten von BASF. Mit sechs Milliarden Farbspeichern pro Quadratmillimeter Band. Für fantastische Farben. Fantastische Farben. Fantastische Farben. Die fantastischen Farben von BASF. It's magic. Trif Deluxe von Hofbauer. Kommt in den besten Familien vor. Womit fängt jeder Tag gut an? Mit Kellogg's Cornflakes. Was schmeckt so gut mit Obst und Milch? Na, Kellogg's Cornflakes. Was ist gesund, hat Vitamine? Kellogg's Cornflakes. Was ist nachher richtig gut? Kellogg's Cornflakes. Frühstück komplett. Mit Kellogg's Cornflakes. Ja, die Kleine von Bosch ist wirklich ganz groß. Meine auch? Ja. Die große Bosch. Was klein? Was groß? Bosch Küchenmaschinen können einfach alles. Nur fliegen können sie nicht. Es macht Spaß, ein Spartyp zu sein. Ich genieße mein Leben. Und ich genieße hier einzukaufen. Hier stimmt die Auswahl und der Preis. Der Sparpreis. Tja, mit Spar kann ich mir das Leben leisten, das ich will. Alles klar? Spar. Der Empfang lässt einiges erwarten. Mh, das Esszimmer hält, was die Küche verspricht. Das Sofa hat viel Geduld und das Bad hat nichts zu verbergen. Und das Schlafzimmer macht Räume wahr. Mir scheint, ich bin beim Leiner. Stimmt, die hohe Schule des Wohnens. Der Textil-Teppich-Möbel-Leiner. Entschuldigen Sie bei Ihrem Beruf. Sind Sie da nicht hin und wieder erkältet? Ja, schon. Und was nehmen Sie dagegen? Aspro, was sonst? Aspro, was sonst? Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker.